Stella! 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 Die Miss CSD 2016! Stella! Die Miss CSD 2016! Die Miss CSD 2016! Stella! Die Miss CSD 2016! Stella! Du musst jetzt meine Unweskirbte Moderationen, die ich heute schon mal aufs Abstand haben sollte. Soll! Als wenn ich moderieren würde. Hallo meine Liebsten! Guten Abend! Ich habe gerade drüber die Schwester, die Piqueturin in New York haben da kurz aufgelegt. Und das Problem war, dass da keine USB-Sticks gab. Und ich musste mit drei CDs auflegen. Das geht auch. Ich habe das geschafft und sie fanden es toll. Also da muss ich dir ja sagen, die CSD auf der Spree, das gibt es ja irgendwie, das sind ja auch noch nicht. Da habe ich auch schon mal aufgelegt irgendwie, aber die hatten keine Anlage, die hatten keine CD-Player. Da sitzen sie zwei Jahre hintereinander. Und dieses Schiff hatte dann so eine eigene Anlage irgendwie. Und sie hatten eine CD, wirklich Stimmungsmusik, und Barry White. Also Barry White, für die junge Generation. Einer klatscht! Genau, das sind die Alten, die das noch kennen, so wie ich. Aber wir haben ja abgerockt. Ja, das war... Also, die hat die Farbe da gerockt. Das war... Ah, die Kiefer! Also, die haben Lichterfahrt gemacht. Da habe ich ja weiß. Wir wurden gerade auch geliebt. Ja, das weiß ich nicht. Eigentlich solltest du mir die Moderation retten. Soll ich jemanden anmoderieren? Wer ist denn jetzt dran? Ich bin ja gerade reinkommen, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Du kannst ja mal kurz nachgucken. Ich kann ja sagen, im kurzen Teil ist das dein Leben lang. Guck mal Stella Destroy, wir haben zwei Mikrofonen heute ab. Das ist toll, dann können wir zusammen... Und ich bin so froh! Einen Applaus für Stella Destroy, die jetzt aproport meine Pro-Moderation. Sehr gerne. Ich hätte gerne einen Watermelon Man-Eimer auf die Hand mit einem Strohmalm. Genau, und ich hätte gerne noch so einen Herren-Eimer irgendwie. Herren-Eimer. Packst du da einfach rein und trinkst es dann gleich wieder aus? Oder ist ein Herren-Eimer einfach Bier mit einem Hähnchen? Nee, ich bin auch nicht so die Bier-Type. Was trinkst du eigentlich? Ich denke... Walshorten! Deine Wimper sagt schon auch wieder. Das ist auch eine schöne Show. Meine Titten haben auch schon wieder gesehen. Ach klar, ich habe mich schon gewundert. Ich dachte eigentlich, dass das Hähnchen ist. Oder das geht die Reinhardt. Also geht die Reinhardt ja dieselben. Die arbeite ich zwar bei Zara, aber es war mir sehr peinlich. Arbeitet sie dann noch oder muss ich schon nacharbeiten? Nein, nein, die arbeitet dann auch schon gut. Also irgendwann hatte ich dieses wunderbare Kleid mir bestellt. Irgendwie im Internet irgendwie... Das ist jetzt... Und das ist nicht angekommen. Das ist das andere. Das ist das Pension dazu irgendwie. Ähm... Ich hatte mir das Kleid in China bestellt. Und das dauert ja immer so ein bisschen... Oh, Charlie! Und der Watermelon Man Eimer kommt. Sehr schön. Guck mal, ich muss drei Sachen sagen und schon kriege ich Alkohol. Ich habe da noch so zwei stehen, die wirklich nachher zusammen. Super. Machst du das auch in einer Shownummer mit einem Heat-Stück oder einfach... Nee. Achtung schon. Ja, ich hätte ja sein... Es hätte jetzt ein Stück Show nochmal gemacht irgendwie. Und viele Leute haben sich gewundert irgendwie, ob das ähm... Blei oder ob das... Blei... Sag mal, das Publikum ist noch wach oder schlaft? Guck mal! Hättet ihr sagen, dass ihr über den Kopf auf die Tischplatte aufschlägt? Weil ich wurde das so zu langsam. Wer ist denn jetzt... Komm, wir machen jetzt mal ein bisschen schneller, denn ich will was Alkohol trinken. Wer ist denn jetzt... Wer ist denn jetzt dran? Nee, hopp, nein, ich will... Mach einfach weiter. Also, Stellan ist ja immer so diejenige, die irgendwie einspringt. Wenn, äh... Stimmt. Eigentlich ja. Ne? Wenn es da wie eine dicke, buttrige Lücke zu füllen gibt, dann springe ich sehr, sehr gerne. Aber die sind du heute auch geändert, ne? Äh, ich kann nicht scheißen, aber ich hab noch ein paar Musikstücke auf meinem... Smartphone. Ich will ja keine, wer... Also, Stellan ist toll, ähm... Tanzt nochmal um... Später. Um... Um... Später. So. Wer... Wer hat eigentlich jetzt schon was gemacht? Wir kommen zum nächsten Stern. Ich muss jetzt jetzt mal gucken, was der nächste Stern ist. Ich mache diese erste Seite. So, und dafür gibt es auch meine Damen und Herren. Jetzt sind wir allein hier vor Ort. Und wenn es denn zum nächsten Stern kommt, können wir jetzt mal den Trommelwirbel üben. Habt ihr den Trommelwirbel schon mal jemals gemacht? Nein. Nein, ich habe recht. Nein, ich bin nicht... Nein, ich bin nicht... Weil der ist kaputt gegangen. Ich bin nicht mehr abspringen. Der ist kaputt. Das... Das klingt so ein bisschen als wenn jemand ihren Stein versagt hat, wenn es den Trommelwirbel hat. Wuuu! Der Trommelwirbel geht mit den Füßen. Also alle, die jetzt sitzen... Du, 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 du. Genau, guck mal. Aber es wiebt, Junge. Das ist doch toll. Trommelwirbel. Ich will Trommelwirbel mit den Füßen. Ich bin das großartig, darfst du auch mal jemanden ansagen? Der Ablaufplatz muss nicht sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil das ist ein Ablaufplan erstens gibt und das heißt, dass du ihn einhalten kannst. Du bist einfach zu wenig hier.